Yo, yo, was geht? Euer Mirosha wieder am Start mit einem schönen neuen Video und zwar mit einem legendären Video, denn wir haben im Livestream ein Mid-Icon-SPC gemacht und zwar die einzige und die erste, die ich gemacht habe und ja, da haben wir auf jeden Fall was Gutes rausgezogen, aber das seht ihr gleich, jetzt seht ihr auf jeden Fall die Teams, die ich abgeschickt habe und zwar das ist das 88er Team, alles untrade, komplett, ich gebe den 96er Hummels ab, aber das tut mir nicht weh, den hätte ich eh nie gespielt. Jetzt im 86er Team seht ihr Shain und Özil, zwei SPC Karten, aber die habe ich auch schon was länger nicht mehr gespielt, deshalb weg damit und ansonsten habe ich nur den David de Gea gekauft, der hat mich 30.500 Coins gekostet und ja man, jetzt haben wir es abgeschlossen und gleich, ja, gleich wird es richtig spannend. Und jetzt das Icon Set, wir machen das jetzt wie folgt, ich möchte nämlich raten, was wir für eine Icon ziehen, ich weiß ja, was ich im Verein habe. Ich nehme die Cap und verdecke meine Augen, ich höre ja, wenn der durch ist, hoffentlich und ja, dann gehe ich in den Verein und gucke, wen ich gepackt habe. Also, am besten im Chat nicht schreiben, wer das ist, weil, ja, sonst ist es nicht so nice. Beziehungsweise wie ihr gleich sehen werdet, habe ich gar nicht in den Chat geschaut. Okay, ja, jetzt geht's auf. Oh no. Oh no. Ein Icon Set und ich gucke nichts zu. Oh no. Bin ich ready? Bin ich ready? Okay. Okay, 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 okay. Die Animation läuft. Jetzt habe ich X gedrückt. Wir haben einfach den Big Boy R9 gezogen und ich weiß einfach noch nichts davon. Jetzt seht ihr, wie ich ihn finde im Verein. Jetzt gehen wir Nationalitäten durch. Erstmal die Schlechten. Dänemark. Bitte nicht. Okay, es ist kein Schmeichel. Ähm, was gibt's noch? Italien wäre nice, wenn wir das nicht haben. Italien wäre super, wenn wir das nicht haben. Okay, hier ist keiner. Die beiden hatten wir schon. Italien ist es nicht. England wäre auch gut, wenn wir das nicht haben. Oh. Ey, diese Laie-Icons, Junge. Ich weiß echt nicht. Okay, England haben wir nicht. Oh, Portugal bitte auch nicht. Also, Beusebio würde ich mich schon freuen. Sehr gut, sehr geil. Spanien. Oh, auch nicht. Oh, okay, okay, okay. Okay, also jetzt haben wir eigentlich schon ein paar Nationen runter. Jetzt gucken wir mal die Ukraine. Perfekt. So, jetzt haben wir hier. Shevchenko, auch nicht. Jetzt gehen wir zu Bulgarien für Stoichkov. Bulgarien, Stoichkov, auch nicht. Bitte auch kein Rumänien. Rumänien, auch nicht. Russland, auch nicht. Okay. Puh, ich habe den Chat immer noch nicht gecheckt. Ich gucke da nicht rein. Ja, gucken wir mal Argentinien. Maradona oder was? Auch nicht. Frankreich. Okay, die beiden hatten wir schon. Alter, crazy. Niederlande. Oh, Cruyff, schade. Also, kein... Nee, Digga. Ich kann doch jetzt nicht telefonieren, Alter. Mann, ich kann doch nicht telefonieren, Bruder. Ich streame doch. Was ist los mit dir, Mann? Was ist mit ihm los? Niederlande ist es nicht. Deutschland? Auch nicht. Brasilien. Oh mein Gott. Nein. 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 Jetzt weiß ich, wieso Victor anruft. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh shit. Was? Nein. Eigentlich kann man ja lang nicht steigen. Halt's Maul. Oh, Samma, das ist die beste Karte. Ich muss den Chat jetzt gucken, Alter, was? Ich bin alle Nationen durchgegangen und dachte mir so, okay, was? Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich nicht am Start bin. Und auf einmal, ich denke so... Ich muss dich einfach absprechen. Ich denke doch nur noch... Ey, Digga, jetzt kann doch nur noch Brasilien kommen. Ja. Normaler, Digga. Kannst einfach nie weiterkommen. Nein. Junge, what the fuck? Scheiße, Mann. Und ich habe noch nicht mal hingeguckt. Digga, ich habe jetzt nicht ehrlich... Ich kann es nicht begreifen, weil ich... Ich habe einfach nicht geguckt, Digga. Ich... Ey, nein. Ich habe jetzt nicht im Ernst R9 gezogen. Digga, oh mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, also... Ich bin gerade ein bisschen sehr, sehr sprachlos. Das kann nicht wahr sein. Ich habe jetzt nicht R9 gezogen. Also ich bin gerade hier im Videoschnitt und ich habe jetzt die Weekend League ja schon beendet und habe sie ja mit ihm noch weitergespielt. Und also... Alter. Also ich kann es immer noch nicht begreifen und realisieren, dass ich einfach R9 gezogen habe. Einfach wirklich geisteskrank. Und ja, den Zusammenschnitt habt ihr gesehen jetzt. Alles auf Twitch live gewesen. Deshalb folgt dafür solche verrückten Momente. Jeder, der dabei war. Das war wirklich sehr, sehr verrückt, wie ich einfach nicht hingeguckt habe. Also... Ganz, ganz wilde Nummer. Jedenfalls, wir hören uns am Ende des Videos nochmal. Ja, mal kurzerhanden 7 Millionen Spieler gezogen. Ich glaube, kann man machen, oder? So, das war es mit dem Video. Vielen Dank an alle aus dem Stream. Vielen Dank an diejenigen, die jetzt das Video hier schauen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo. Teilt das Video. Ein wirklich crazy Moment gewesen. Und ja, vielen Dank dafür. Und jetzt nochmal den Walkout ohne Commentary. Okay, ja, jetzt geht's auf. Oh no. Oh no. Ein Icon-Set und ich gucke nichts zu. Oh no. Bin ich ready? Bin ich ready? Okay. Okay, 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 okay. Die Animation läuft. Jetzt habe ich X gedrückt. Ein Icon-Set. Vielen Dank.